Herzlich Willkommen, mein Name ist David Gruber. Ich bin Psychologie- und Psychotherapiewissenschaftsstudent und mache gerade das Doktorat. Schon als kleines Kind habe ich erlebt, wie meine Mutter im Gasthaus sehr viele psychosoziale Fähigkeiten gehabt hat. Da ist schon einmal vorgekommen, dass ein gestandener Bauer zum Weinen angefangen hat, durch die einfüllende Art meiner Mutter. Das hat mich immer sehr fasziniert. Das war in gewisser Weise eine Prägung. Und dann, während der Matura-Zeit, habe ich das erste Mal den Begriff, also schon öfters den Begriff Psychologie gehört. Ich habe viele Filme dazu gesehen, Beautiful Mind, Good Will Hunting. Das hat mich immer fasziniert, wie der Therapeut einem Menschen helfen hat können. Was mir eigentlich an dem Studium am wichtigsten war, also jetzt da bezüglich zur SFU, dass das sehr familiär war. Ich bin, glaube ich, gerade im Psychotherapiestudium mit sechs Personen. Das ist total super. Die Lehrenden sprechen auch mit Namen an. Und das ist Wahnsinn und total familiär. Und was mir weitergefallen hat, war eigentlich, dass wir das Doppelstudium auch an der SFU Linz machen können. Das war mir total wichtig. Und ich habe mittlerweile jedes Studium gelegt, also außer Medizin und Rechtswissenschaft, was es gibt an der SFU. Und dass ich auch mein Doktorat da abschließen kann. Ja, also ich hoffe, mein Traum setzt sich bald in Realität um. Und genau, das ist einfach, ja, wollte der SFU ein Dank für euch sagen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.